Die nächsten Tage erwarten uns große Wetterunterschiede. Schon jetzt zum Start in den meteorologischen Frühling am Mittwoch in den Frühstunden. Große Unterschiede bei den Temperaturen. Plus 4 Grad auf Helgoland, da ist es frostfrei. Minus 10 Grad in vielen Gebirgszählern stellenweise. Auch noch ein bisschen drunter, wenn es zuvor längere Zeit klar ist. Ansonsten verbreitet einstellige Minima mit einem dicken Minus davor. Tagsüber dann große Wetterunterschiede. Einerseits sonnige Regionen, speziell in der Mitte, im Norden teilweise dichte Nebelfelder. Die werden im Laufe des Tages in Wolkenfelder umgewandelt, hochnebelartiger Natur. Das löst sich nur teilweise auf. Auch im Alpenvorland hängt Hochnebel herum. Und der wird teilweise auch in die Bodensee-Region rüber schwappen. Ansonsten in der Mitte ein breiter Streifen, in dem sich die Sonne so richtig gut durchsetzen wird. 7 bis 10 Sonnenstunden für die meisten. Im Unterschied dazu direkt im Südlichter Donau örtlich mit dem Hochnebel nicht ganz so viel Sonnenschein. Genauso wie im Norden. Gleiches Spiel dort. Höchsttemperatur für die meisten zwischen 3 und 9 Grad an der Donau örtlich bis zu 10 Grad. Und die großen Wetterunterschiede sind auch beim Wind zu sehen. Im Norden nur schwache Luftbewegung, aber in der Mitte und im Süden pfeift diese eiskalte Nordostwind. Man muss sie also warm anziehen. Schal und Mütze. Die gefühlte Temperatur, die liegt nämlich deutlich unter der gemessenen. Die nächsten Tage sind die Wetterunterschiede weiterhin präsent. Nebel, Hochnebel, teilweise dichtere Wolken. Einzig ist es überall trocken, nachts frostig und tagsüber positive Temperaturen bis zu 12 Grad am Donnerstag an der Donau.